Steinpilz Pfifferling Risotto Die Zutaten für 4 Personen 400 Gramm Arborio Risotto Reis Eine Schalotte, das ist diese kleine Zwiebelsorte 200 Gramm Butter 100 Milliliter Weißwein 800 Milliliter Hühnerfond, also Hühnerbrühe 50 Gramm getrocknete Steinpilze 200 Milliliter Einweichwasser der Steinpilze 5 Esslöffel geriebener Parmesan 2 Esslöffel Olivenöl 500 Gramm frische Pfifferlinge 1 halber Teelöffel Abrieb einer Bio-Zitrone 2 Esslöffel frische Petersilie sowie eine angedrückte Knoblauchzehe Die Zubereitung Die Schalotte in feine Würfel schneiden und die getrockneten Steinpilze eine Stunde in 200 Milliliter Wasser einweichen Die Pfifferlinge halbieren Die Steinpilze durch ein Küchensieb und ein Blatt Küchenpapier absieben und die Flüssigkeit auffangen Den Hühnerfond in einem Topf erhitzen In einer großen Pfanne 50 Gramm Butter erhitzen und die Schalotte darin dünsten, bis sie glasig wird, also nicht braun werden lassen Nun den Risotto-Reis hinzugeben, Salz hinzufügen und unter ständigem Wenden den Reis anschwitzen Lass den Reis aber nicht braun werden Mit dem Wein ablöschen und köcheln lassen Wenn der Wein eingekocht ist, gib die Steinpilze hinzu und gießt nach und nach kellenweise den Hühnerfond im Wechsel mit dem Einweichwasser der Steinpilze an Dazu am besten eine Soßenkelle nehmen Bei wenig Hitze und unter ständigem Rühren immer wieder einköcheln lassen Währenddessen in einer Pfanne Olivenöl erhitzen und die Pfifferlinge dazugeben Kurz zusammen mit dem angedrückten Knoblauch anbraten Mit Salz, Zitronenabrieb und Petersilie würzen und die Pfanne beiseite stellen Wenn der Reis bissfest ist, also al dente das dauert etwa 20 Minuten vom Herd nehmen und mit dem Parmesan und der restlichen Butter abbinden Anrichten und mit den Pfifferlingen garnieren